Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Bei Gary Ritchie heißt es ja gerne mal, kennst du einen, kennst du alle und dennoch dreht er immer weiter und damit geht es heute um seinen neuen Film, der auf den Namen Operation Fortune hört, unübersehbar ein Gary Ritchie-Werk ist und ich habe ihn nicht gesehen, sondern jemand, der eigentlich immer von sich behauptet in unserer Redaktion, dass er eigentlich durch ist mit dem Gary Ritchie-Stil, aber er sitzt trotzdem hier, weil er ihn schon in der PV sehen konnte. Moinsenst du! Hallöchen zusammen! Ja, ich habe es ja gerade schon vorweggenommen, du, also ich kann mich erinnern, dass du schon öfters meintest, Gary Ritchie, das kriegt dich nicht mehr so. Das ist richtig, also ich weiß noch zu Beginn, als er mit Bube, der Dame, König Gras und Snatch um die Ecke kam, die haben mir wirklich sehr gefallen, die mag ich auch immer noch und dann kam irgendwann so die Zeit, wo ich gemerkt habe, irgendwie so richtig Feuer und Flamme für seine Stilistik bin ich nicht mehr, das habe ich zum ersten Mal gemerkt bei Rock'n'Roller, der mich sehr kalt gelassen hat und dann auch noch bei The Gentleman, der sehr erfolgreich ja auch war und auch viele Fans hat, aber mich wirklich gar nicht mehr erreicht hat und auch seinen King Arthur, mit dem konnte ich auch nichts anfangen. Es gibt aber ja noch den zweiten Guy Ritchie, das ist dann der Guy Ritchie, der Filme dreht, von dem du nicht weißt, dass es Guy Ritchie ist, sondern erst dann es weißt, wenn es im Abspann steht. Da hat man natürlich das Aladdin-Remake, was jetzt auch, okay, das ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber da merkst du halt nicht, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Nein, gar nicht. Gar nicht. Null Handschrift. Es gibt aber dann noch zuletzt dieser Cashstruck mit Jason Steffam, 2020 glaube ich ist der, der kam ich glaube ich letztes Jahr ins Kino. Übrigens ein Remake eines französischen Films mit gleichem Titel, der sehr gut ist, besser als das Remake, aber auch das Remake hat mir gefallen und ich finde bei Cashstruck hat man sehr gemerkt, dass Guy Ritchie inszenieren kann und er kann auch anders inszenieren als üblich. Und um da vorwegzugreifen, Operation Fortune ist wieder so ein Guy Ritchie-Film, der gut inszeniert ist, aber der nicht diese typische Gangster-Stilistik hat, die er mit Bubetheim, König Gras so, ja, damit hat er angefangen und sie immer weiter fortgeführt hat, bis jetzt zuletzt bei Gentleman. Operation Fortune ist wirklich ein Nicht-Ritchie-Film von Guy Ritchie. Okay, dann hast du uns damit ja glaube ich schon ein bisschen neugierig gemacht, zumindest mich, vielleicht ja auch den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin da draußen. Schieß mal los, womit bekommen wir es jetzt zu tun? Ja, Operation Fortune ist im Grunde seines Herzens eine sehr standardisierte Agenten-Film-Geschichte. Wir haben einen Superspion, gespielt von Jason Statham, der heißt Orson Fortune und der bekommt den Auftrag, einen milliardenschweren Waffenhändler namens Greg Simmons, gespielt von Hugh Grant, aufzuspüren und ihm, ja, etwas abzuluchsen. Und wie üblich in solchen Argenten-Filmen wissen wir, wie die Protagonisten, die die meiste Zeit des Films auch gar nicht, um was geht es hier eigentlich, was wird hier gejagt und warum, ist aber auch relativ egal. Und Orson und sein Team, dazu gehört unter anderem auch Obie Plaza, haben eine Idee, wie sie an diesen Milliardär rankommen. Der ist nämlich großer Fan des Schauspielers Danny Francesco, gespielt von Josh Hartnett. Und sie erpressen Danny Francesco, dass sie mit ihm zusammen versuchen, Greg Simmons halt hinters Licht zu führen. Und das ist im Grunde Operation Fortune. Gut, abgesehen von Jason Statham, der ja, ich weiß nicht, die wievielte Zusammenarbeit ist das? Der hat ja, glaube ich, zuletzt, genau, der hat zuletzt mit ihm diesen Cash-Truck gemacht und die Zusammenarbeit, die geht ja zurück bis Bube, Dame, König, Gras, ne? Ansonsten haben wir ja Eddie Maaßen zum Beispiel in der Nebenrolle, den kennt man ja auch aus den Sherlock-Holmes-Filmen. Hugh Grant auch wieder dabei und jemand, den man schon gefühlt wirklich tausend Jahre nicht mehr gesehen hat, Josh Hartnett. Und Carrie Elves sieht man auch nicht mehr häufig in großen Produktionen. Ja, also Carrie Elves, man kennt ihn noch als Robin Hood, Held in den Strumpfhosen. Seine beste Rolle natürlich, nicht gefolgt von Die Braut des Prinzens und natürlich die Saw-Filme, wo er da mitgespielt hat. Ich finde, das ist eine sehr interessante Besetzung und auch eine sehr starke. Josh Hartnett hat ja dank Guy Ritchie auch bei Cash-Truck schon so eine Art von Comeback hingelegt. Und hier kann man sagen, empfiehlt er sich auch wieder erneut dafür, dass er öfters mal wieder in den Filmen zu sehen ist. Ich habe nämlich auch überlegt, weil ich ihn das letzte Mal, also vor Cash-Truck gesehen habe mit dem Film. Und ich glaube, er war ja bei dieser Serie Penny Dreadful mit dabei. Die habe ich aber jetzt nicht gesehen. Aber wenn ich mir denke, so Anfang der 2000er, so war Josh Hartnett ja schon ein richtiger Superstar. Man denke an, hier bei Pearl Harbor war dabei und bei The Faculty und wie sie nicht alle heißen. Vielleicht ist ja Cash-Truck und jetzt Operation Fortune so eine Art wirklich so Comeback-Katapult für ihn, würde ich ihm wünschen. Denn auch wenn es in dem Film Darsteller gibt, die mich mehr überzeugt haben, die mir mehr im Gedächtnis geblieben sind, kann ich nicht abstreiten, dass man schon merkt, dass Josh Hartnett hier auch echt Spaß und auch Talent hat. Also dem nehme ich seine Rolle des Danny Francesco wirklich ab. Ja, es ist einfach, glaube ich, schön, den mal wieder überhaupt mal zu sehen. Also nächstes Jahr wird er ja auch in Oppenheimer von Christopher Nolan dabei sein, wobei da ist gefühlt halb Hollywood drin. Ja, du hattest es ja schon erwähnt, Cash-Truck, den mochtest du ja relativ gerne. Ich glaube, den hast du mit Patrick besprochen. Kann man natürlich auch sehr gerne reinhören. Wie war denn jetzt so deine Erwartungshaltung? Weil ich muss zugeben, ich habe mir die Trailer angeguckt oder den Trailer, gab ja, glaube ich, nur einen. Und der sah halt wirklich nach eigentlich einem Richie-Destillat aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich hatte gar keine Erwartung. Also ich hatte die Erwartung, wenn allerhöchstens, ich gucke mir jetzt einen Guy-Ritchie-Film an. Und ich wusste auch nicht, ist das jetzt so ein typischer Gangster-Guy-Ritchie, sowas eben wie Gentleman oder Rock'n'Roller, oder geht das immer in die Richtung Cash-Truck? Und man muss ganz klar sagen, Richie ist einfach ein sehr stilistischer Filmemacher. Das sieht man auch hier. Da sind auch wirklich ein paar ganz, ganz tolle Szenen drin. Es gibt alleine am Anfang, gibt es eine ganz formidable Szene, wo einfach nur eine Person einen langen Gang entlang geht. Und dieses Klackern von den Schuhen wird dann zu so einer Art Sound-Effekt. Man wird über Szenen drübergelegt. Das ist ein ganz toller Effekt. Das ist ein ganz schöner Anfang. Das wirkt frisch und es wirkt nicht so überzogen. Also mein Problem ist halt bei, zum Beispiel für Gentleman ist, dass diese Figuren, die, weiß nicht, die agieren mir zu cool. Jetzt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, gut, das ist dann ein Kritikpunkt, den kann man bei jedem Guy-Ritchie-Film anwenden, auch bei Operation Fortune. Aber es wird irgendwie, es ist, der Regler ist nicht auf Stufe 11, sondern immer so auf Stufe 9 so ein bisschen. Das ist vielleicht der große Unterschied. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich dieses Gangster-Setting von ihm satt bin. Weil meistens ist es so, wenn Guy-Ritchie nicht im Gangster-Setting agiert, gefällt es mir meistens schon besser. Wobei, ich fand King Arthur auch nicht so toll. Und Code Namer Onkel. Was? Code Namer Onkel ist super. Hör auf. Nee, den fand ich auch mehr so. Okay. Aber nicht mehr. Obwohl, seine Sherlock-Rombs-Film magst du auch nicht? Den ersten finde ich ganz nett. Den zweiten finde ich auch so mehr so, ja. Ja, der hängt sehr im Mittelteil. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt Regisseure, die haben auch eine eigene Listik aufgebaut, genau wie Guy Ritchie. Und die kann ich mir immer wieder ansehen, zum Beispiel Tarantino. Aber Guy Ritchie ist irgendwie, ich weiß nicht. Das kriegte ich nicht mehr. Ja, hat für mich den Reiz verloren. Ich kann verstehen natürlich, dass man das geil findet. Und das ist natürlich auch unglaublich unterhaltsam gemacht. Also ich weiß noch, als ich The Gentleman geguckt habe im Kino, da waren meine Begleiter durch Feuer und Flamme für den Film, hatten den größten Spaß ihres Lebens gefühlt. Und ich saß halt da und dachte mir so, es ist gut gemacht, es ist gut gespielt, aber es ist nicht meins. Mhm. Also hattest du jetzt nicht die Turm hohe Erwartungen oder sonst was, die hier dann irgendwie hätte im Raum stehen können? Nein, nein. Also im schlechtesten Fall wäre es einfach ein Film gewesen, den mir nicht gefällt. Im besten Fall wäre es ein Film gewesen, den ich super finde. Und dann diese Erwartungen bin ich halt reingegangen. Und ich muss auch sagen, erfahrungsgemäß ist das immer die beste Erwartung, die man haben kann. Piker Ritchie ist ja, du hast es ja schon angedeutet, ist ja manchmal das Problem, dass der, also für mich persönlich ist es manchmal so ein bisschen der Eindruck, dass der hin und wieder nicht weiß, wann Schluss ist. Dass der immer noch irgendeine optische Spielerei oder so draufsetzt, das fiel mir vor allem in seinen Sherlock-Holmes-Filmen auf. Weil man muss ja sagen, Action kann der ja eigentlich, ne? Ja. Die Action Operation Fortune ist gut. Die ist sauber inszeniert. Das Wort Standard, es klingt jetzt schlechter, als es gemeint ist. Guter Hausmannskost. Aber genau, es ist gut gemachte Hausmannskost. Auch nicht so, mit so viel rumgefrickelt drumherum. Also es ist sehr sauber inszeniert, sehr klar inszeniert. Da könnte man jetzt, also da komme ich jetzt auch mal zu einem Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich finde nämlich, dass der Film eigentlich zwei Filme ist. Du hast einmal eine Agentenkomödie, wo halt diese Sache mit Josh Hartnett und Hugh Grant im Fokus steht und du hast auf der anderen Seite einen sehr klassischen Jason Statham-Action-Film, wo Jason Statham halt einfach Jason Statham ist. Will sagen, da kommt ein Bösewicht und dann sagt Jason Statham, ey du, du bist ein Bösewicht, ich muss dich aufhalten. Dann sagt der Bösewicht so, haha, nee, 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 jetzt kriegst du aber auf die Fresse Jason Statham. Und dann kämpft Jason Statham gegen ihn und besiegt den Gegner, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. So ein bisschen wie so der Steams-Egal-Effekt, mit dem Unterschied, dass sich Jason Statham auch bewegen kann. Nicht falsch verstehen, die Action ist wirklich gut und das macht auch Spaß zuzusehen, wie Jason Statham Leute verprügelt, weil das kann er. Er hat auch die nötige Physis, die nötige Ausstrahlung, aber es ist ganz interessant, weil es wirklich teilweise so wirkt, als wären das zwei Filme, die so parallel verlaufen. Was jetzt auch nicht als Kritikpunkt gemeint ist, es ist mir nur aufgefallen, dass da irgendwie wirklich so, da schlagen zwei Seelen in der, oder zwei Herzen in der Brust von Operation Fortune. Und Guy Ritchie hat beide gleich gern und gönnt denen auch beiden gleich viel Zeit, was dem Film durchaus so gut bekommt, weil so hat er eine nette Abwechslung, nettes Pacing. Also du hast ein bisschen Action und dann kommt der andere Part und wenn der dann so langsam so ein bisschen, ja, den Drive verliert, dann wechselt er wieder rüber zur Action. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen. Es klingt also, wie du es jetzt auch beschreibst, du hattest ja irgendwie davon gesprochen, dass auch Guy Ritchie so ein bisschen zwei Seiten eigentlich hat, in dem, was er tut. Dass er vielleicht so beide so ein bisschen versucht, hier zu verheiraten. Zu verheiraten wäre für mich der, ach, da ist die, sag ich mal, die Melange nicht richtig, stimmt mich. Das ist schon, finde ich, schon sehr immer offensichtlich. Jetzt ist der Action-Teil und jetzt ist der Spionage-Teil. Und es gibt Momente, wo Jason Statham in den beiden agiert. Da muss man auch ganz klar sagen, dass dann gerade halt eben im Spionage-Teil, dass dann schon so Aubrey Plaza und Josh Hart nennt ihn dann Darstellerisch, die Schauf stehlen, ist einfach so. Das will ich jetzt gar nicht daran festmachen, dass Jason Statham kein guter Darsteller ist, sondern einfach, weil seine Rolle dafür gar nicht richtig gemacht wurde. Er spielt halt immer Jason Statham. Statham, sorry. Ja, es gibt halt eben vom Drehbuch, wo ja auch der Richie mitgeschrieben hat, so kleine komödiantische, sag ich mal, Nadelstiche. Also zum Beispiel ist seine Figur, diese Orson Fortune, ist halt ein großer Weindiebhaber und lässt sich gerne mit Wein bezahlen und will halt, wenn er irgendwie einen Auftrag macht, dass ihm irgendwann ein teurer Bordeaux gebracht wird. Aber das ist jetzt auch nicht so weit drin, sag ich mal, in der Handlung, dass es wirklich vom Belang ist. Letztlich ist halt Jason Statham in diesen, sag ich mal, komödiantischen Parts drin, weil er halt einfach der größte Star ist. Ich muss da sagen, ich hab jetzt nicht das Riesenproblem mit Statham, ich bin jetzt aber auch kein Fan, aber eins weiß ich, der kann durchaus auch ein bisschen Selbstironie zumindest. Also Spy mit Mr. Kaffee war ja super, da hat sich ja wirklich perfekt auf die Schippe genommen. Hätte ich mir ganz gerne hier auch gewünscht, aber das kannst du dir abschmicken, das ist wirklich richtig klassischer Jason Statham. Klingt gar nicht so verkehrt. Also du meintest ja auch schon, dass er zumindest ein gutes Pacing hat. Ich meine, der bringt immerhin so fast zwei Stunden auf die Waage, dann wahrscheinlich mit Abspann. Also 114 geht ja so, das ist eine relativ normale Zeit für so eine Art von Film und der hat jetzt keine wirklichen Längen, der ist jetzt, ich würde ihn auch nicht als kurzweilig beschreiben, der hat die ideale Länge tatsächlich. Die Chemie zwischen diesem Agententeam ist auch wirklich ganz, ganz, ganz nett. Auch da hätte man mehr draus machen können, aber es ist wirklich okay. Er kommt ja Anfang Januar ins Kino und ich glaube, wenn ich Anfang Januar, wo ich noch Vakata von Silvester bin, ins Kino gehen würde, wäre das wirklich der ideale Film. Das ist ein schöner Kata-Film tatsächlich. Der macht alles relativ okay und richtig und gut, nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt irgendwie, das ist die neue Genre-Referenz, das muss ja auch gar nicht sein, aber ich war dann doch überrascht, wie gut mir der gefallen hat und das sollte man erwähnen, Hugh Grant als Milliardär Greg Simmons ist der ist der ist der Shit, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Hugh Grant hat da richtig Spaß, der hat wirklich richtig tolle Szenen, aus Spoilergründen kann ich meine Lieblingsszenen jetzt hier nicht rezitieren und weil ich darin scheiße bin, aber der hat gegen Ende eine sehr schöne Szene mit ein paar, sag ich mal, Bad Guys, da empfiehlt er sich wirklich, dass er mehr so Rollen spielt, weil er ist auch so schön schleimig und so, es ist so, wirklich hat mir gut gefallen, also Hugh Grant hat ja in den letzten Jahren schon auch so eine Art, sag ich mal, Comeback hingelegt und ist jetzt seit Paddington 2 vermehrt auch in Filmen zu sehen, die nicht nur Rom-Coms sind, weil das war ja früher immer so ein Steckenpferd Rom-Coms. Ja, du hattest früher das Gefühl, dass der eigentlich immer nur den Film gewechselt hat, die Rolle aber gleich blieb und sogar die Anzüge, die er getragen hat, waren in jedem Film gefühlt dieselben. Was übrigens auch dasselbe ist, ist eine Sache, die Guy Ritchie seit Jahren in seinen Filmen hat und die er irgendwie ja nicht los wird und zwar, Guy Ritchie versucht seit King Arthur, glaube ich ist es, zwanghaft ein Franchise zu etablieren. Bei King Arthur ist es halt komplett in die Hose gegangen, das ist klar, also kommerziell ist das Ding ja total gefloppt. The Gentleman bekommt eine Netflix-Serie, die ist ja gerade in der Mache. Catstruck, okay, da glaube ich, hätte man auch fortsetzen können und bei Operation Fortune ist es jetzt auch wieder so, es ist jetzt nicht so, dass der Film von Anfang das Ende schreit, ich werde fortgesetzt und die Geschichte an sich ist auch abgeschlossen, also habt ihr keine Angst, ja, aber es wirkt schon ein bisschen so wie Guy Ritchie's Mission Impossible James Bond Variante. Nur halt alles ein bisschen kleiner, man muss halt sagen, da sind Sachen drin, die gehören zum Agentenfilm dazu. Ja, natürlich. Du hast das Jetten um die Welt, gehört zum Agentenfilm dazu. Du hast Kämpfe vor exotischen Kulissen, gehört einfach dazu. Deswegen, also finde ich, ist es absolut legitim, wenn man so einen Agentenfilm machen will, dann gehört das dazu und das hat dann eben auch Mission Impossible gemacht und die haben es schon von James Bond geklaut und James Bond hat es wahrscheinlich auch von irgendjemandem geklaut. So ist es halt. Dieses Team, das Jason Steffen anführt, wenn es Operation Fortune 2 geben sollte, bin ich gespannt. Also dann gucke ich mir auch gerne an, wie die das machen. Ich meine letztlich, Mission Impossible musste ja auch irgendwo anfangen. Also warum nicht? Und was ich auch noch finde, was man merkt, der ist halt entstanden wegen Corona. Ja. Damals noch unter dem Arbeitstitel Five Guys und das merkt man. Also nicht schlimm, also es ist jetzt nicht so, dass man denkt so, Gott, was ist denn da los? Aber man merkt schon, es gibt ein paar Szenen, die wirken fast schon ein bisschen befremdlich menschenleer. Also wenn man, wenn es zum Beispiel eine Zu-Fuß-Verfolgungsjagd durch irgendwelche türkischen Bazaare gibt, ist man schon verwundert, warum da so wenig los ist. Wirklich den, sag ich mal, den Flow des Films stört das nicht und ich finde es sowieso total fast schon irritierend, dass während Corona gefühlt Guy Ritchie fünf Filme gedreht hat. Letzter. Oder hat er den hier irgendwie schon, weil das ist ja dann schon seltsam, ich meine Corona-Drehs gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile und weiß ich nicht, so Anfang 21 oder letztes Jahr im Laufe der Monate hat man sich so gedacht, oh ja, die Sachen wurden unter Corona gedreht, aber mittlerweile habe ich so diese Wahrnehmung komplett abgeschaltet, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin mir gerade unsicher, weil Operation Fortune, der, wie gesagt, früher noch Five Ice hieß, der wurde auch echt verschoben wieder um längere Zeit. Der sollte ursprünglich im März 2021 starten und kommt jetzt erst im Januar 2023 raus. Okay, das ist krass. Der muss also wirklich schon länger fertig sein. Ich glaube auch, dass der relativ dicht an Cash Truck entstanden ist. Ich glaube, er hat Gentleman gemacht, dann total schnell nach Cash Truck und dann Operation Fortune. Soll er es machen? Mich stört das nicht, aber es ist schon interessant, dass jetzt bei Corona ganz viele Regisseure darüber geklagt haben, dass sie kaum Filme drehen können und dann kommt Guy Ritchie und denkt sich so, oh, guck mal, da hinten, da ist eine Ecke, da drehen wir ja mal ein Film. Ja, vor allem bei Guy Ritchie ja vorher, ich sage jetzt nicht, dass der zu selten einen Film gemacht hat, aber der war jetzt nicht unbedingt so der Vielfilmer vorher. So alle zwei, drei Jahre hat der mal was gemacht und dann, weiß ich nicht, mit King Arthur ist er gescheitert und so, ne? Aber zu Guy Ritchie abschließend nochmal, vielleicht muss man ja auch dankbar sein, dass der trotzdem immer noch diese Filme macht, wo er seine Handschrift oder seine Stilistik ausspielen kann. Ich meine, du hast ja schon gesagt, hier Aladin, das war eine Auftragsarbeit, da kommt ja noch eine Fortsetzung und der macht da auch den Herkules, soll er doch, glaube ich, auch für Disney machen, wobei, da bin ich wiederum ein bisschen gespannt. Außerdem hat er jetzt einen Kurzfilm gedreht mit Jack Gyllenhaal, The Interpreter und der macht mit Henry Cavill dieses The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Der kommt auch noch. Also, der hat echt viel gerade, woran er arbeitet und ja, ich meine, freut mich und versteht das nicht falsch, ich finde es ja gut, dass er seine eigene Stilistik hat. Es ist ja nur so einfach so, dass sie mich nicht mehr anspricht so richtig. Ja, es ist so langsam, der macht halt ... Also, es gibt ja immer diese böse Behauptung, dass der eigentlich halt immer nur den gleichen Film dreht. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber vor allem die in den Nullerjahren, also vor Sherlock Holmes, die haben sich schon wirklich sehr geähnelt. Und der hat ja auch immer seine üblichen Spezies da drin, was ich auf der anderen Seite irgendwie auch ganz toll finde, aber dadurch merkt man dann schon irgendwie, dass es doch ein bisschen ja, repetitiv ist. Wobei man auch ehrlich sagen muss, er hat es ja auch immer wieder versucht, früher da so rauszukommen, das klingt so, als wäre er irgendwie im Ghetto gefangen. Aber er hat ja so Sachen gedreht, wie Revolver, die ja untergegangen sind, die ich aber durchaus interessant finde, aber die einfach nicht gut ankamen. Und von daher, ja, lass es gut sein, Hauptsache, er dreht nie wieder Swept Away. Das ist okay. Also wenn er mir das verspricht, kann er machen, was er will. Nie wieder Swept Away. Dann lieber noch einen zweiten Aladdin. Ja, okay. Ja, warum nicht? Das tut nicht weh, aber Swept Away tat weh. Ja gut, der tut Madonna wahrscheinlich heute auch noch insgeheim weh. Oder ihm auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich einer der Gründe gewesen sein, warum die. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber mal den Cut. Der Stu mochte ihn, glaube ich, ganz gerne. Klang zumindest nach solider Hausmannskost. Ab dem 5. Januar 2023 könnt ihr ihn schon sehen. Darf ich noch mal kurz was sagen? Aber nur ganz kurz. Also das Jahr 2023 fängt im Kino richtig gut an. Operation Fortune ist gelungen. The Banshees of Inherin ist super. Also wenn das Jahr so weitergeht, holla die Waldfee. Ja, und Mitte Januar kommt die Last of Us Serie. Also 2023 kann nur besser werden. Gut, da würde ich dann sagen, machen wir jetzt den Absprung, sonst wird das hier noch ein geiler Richie-Cast. Stu, herzlichen Dank für deine Meinung. Ich herzlich danke. Und, ja weiß nicht, verspätete Neujahrsgrüße rauszuschicken, wo wir das Anfang Dezember aufnehmen, ist auch irgendwie scheiße, ne? Ich wünsche euch frohe, Ostern. Ja, ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.